Der Präsident der österreichischen Ärztekammer Thomas Seckeres, Hauptinitiator des Rauchverbotsvolksbegehrens, genießt eine Zigarette vor einem Wiener Innenstadtlokal. Dieses in Österreich veröffentlichte Foto sorgt am Donnerstag für Aufregung. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nimmt die Story dankbar auf. Wasser predigen, Wein trinken. Bei dem Facebook-Posting gehen die Meinungen auseinander. Der einen stimmen dem Vizekanzler zu. Auch Ärzte dürfen rauchen, aber dann sollen sie sich nicht als Gesundheitsaposteln aufspielen und anderen verbieten wollen, wenn sie selber dem Laster frönen. Die anderen sehen das kritischer. Ähm, der Herr raucht im Freien und nicht in einem Gebäude. Was soll diese Kritik jetzt? Das Rauchen wird ja niemandem verboten. Das kann ja jeder Erwachsene selber entscheiden. Auch Ärzte. Seckeres weist die Vorwürfe zurück. Er habe mit dem Rauchen aufgehört und gönne sich nur hin und wieder eine Zigarette. Und außerdem fordere das Begehren ja ein Rauchverbot in Gastlokalen. Er stehe aber im Freien. 硬 Mirär口. õ1KG989 1K8 2K8 1K8 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 91K9 49 1K9 1K8 1K6 0�1K7 1K8 1K7 1K9 4h10K8 1K8 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 1K9 4ilek9 1K5 8 1K9 1K8